Ich spiele gar nicht so ungern mit Randoms, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir geht einfach diese Dummheit auf den Sack. Entweder fliegen sie alleine irgendwo hin, pushen alleine oder kommen gar nicht erst hinterher oder machen irgendeinen anderen Scheiß. Das Hauptproblem ist, dass die wirklich verstreuen sich. Das finde ich immer sehr, 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 sehr anstrengend. Die hole ich mir schon mal. Was für eine Runde. So stelle ich mir das mit Randoms vor. Das war wirklich richtig geil. Houdini. Houdini. Das war wirklich richtig. Was ist das? Alter, was geht ab? Genau das ist das mit dem Sandwich. Jetzt werden wir gleich hämmerlich gesandwiched und ein Airstrike kommt auch noch. Aber wir sind safe. Alter, was war das für eine Runde? Ich fasse es nicht. Ein Duo-Win, aber was für einer. Oh meine Fresse, was... Da wäre ich jetzt nicht drüber fertig. Das hätte ich nicht gedacht. Was für ein geiles Spiel. Ohne Mist, das hätte ich ja niemals gedacht. Oh, der hat eine fette Schnapsteil rausgeballert. 6 Kills zu 7 Kills. Mega geil. Alter Falter, da wäre ich jetzt nicht drüber fertig. So spielt man Ringed. Richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Dafür einen fetten Daumen da. Lassen. Bitte. Jetzt bin ich ein bisschen geplättet. Unser Erwin nutzt den Rauchgrad völlig beschwert. Nein, hab ich. Ups. Ich sehe nicht. Das ist klar. Da ist so, setzt man Rauch ein. Oh, es macht Spaß mit Leuten zu spielen, die nicht dumm sind. Es ist so schön. Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. So, komm, gleich den nächsten Sieg hinterher, bitte. Für alle, die übrigens noch kein Abo da gelassen haben oder einen Daumen für den Stream, würde ich mich echt mega drüber freuen. Wen haben wir ja eigentlich noch? Ich sage einfach mal Dre, ich kann es nicht aussprechen. Und Chantis Tiamo, Morion. Straight, ich bin bis, bis wann bin ich denn online? Bis 3,25 Uhr ungefähr. Also für alle Vessis bis 4,25 Uhr. Moment, ich bin gleich wieder da. Nein, ich brauche Pathfinder. Den muss ich mir vorher aussuchen. Ich muss nämlich mal mein Ladekabel holen, sonst ist mein Handy gleich tot. Also straight, schnelle Gassi runter. Wir sind schon wieder zu zweit. Was soll denn das? Das regt mich echt auf. Es regt mich echt auf. So ein R*** ist es zu kürzen. Mann, 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 Mann. Da könntest du im Strahl kürzen. Was soll diese Scheiße? Oh, hat er das jetzt noch geschafft? Das ist so dumm, ey. Es ist echt nur dumm. Nein, Alter, hat ja den Hit eine halbe Sekunde schneller rausgehauen als ich. The Dark Knight ist am Start. Moin. Ich bin Batman. Wie ist denn das Teil... Äh, was... Wie ist denn das... Ich hasse das Wort Ehrenmann, aber wie ist denn das Gegenteil von Ehrenmann? Arschloch. Ja, ich spiel mit Randoms. Oh, neuner Hit. Ich raste aus. Ich bin so cool. Ich raste schneller nach. Oh, ich treffe nix. Krass. Die Gegner schießen auf mich. Die Gegner schießen auf mich. Lade nach. Lade meine Schilder. Lade nach. Ach, das ist unser Schatten? Und du glaubst es nicht. Witzig, ey. Oder war das tatsächlich unser Schatten? Ich glaube schon. Das war ja nicht wirklich schwer zu sehen jetzt, oder? Was ist denn das? Ich war nicht mehr neben der Tür. Lass mal, wie viel Gas ist denn hier noch? Ich kann das nicht nachvollziehen, gerade ohne Scheiß. Meine Fresse. Die werden bestimmt gesandwiched jetzt. Auf jeden Fall müssen die in unsere Richtung. Ich verstehe nicht, warum ich nicht einen Hit lande. Ich bin so drauf. Das ist jetzt aber schlecht. Ich brauche Gesundheit. Was hat er denn jetzt die ganze Zeit gemacht beim Looten? Hat er noch der Mutti geschrieben? Guck mal, wie toll ich spielen kann. Na, also. Komm, wenn die Letzten sich befeiten, sollte man mitmachen. Komm, wenn die Letzten sich befeiten. Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Der kriegt die volle Breitseite und verreckt einfach nicht. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Fuck mit A. Einen hab ich. Wo denn sein Maid kommt. Sehr nice. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Wie konnte der mich so bumsen? Hier. Alter, ich war sowas von drauf. Alter, ich habe doch hier angepingt. Alter, was verstehst denn du nicht? Die springen alle alleine. Was seid denn ihr für behinderte Kinder, ey. Mir geht einfach diese Dummheit auf den Sack. Entweder fliegen sie alleine irgendwo hin, pushen alleine oder kommen gar nicht erst hinterher. Ey, wir spielen hier ranked und die machen einen Scheiß. Da kannst du nur ausrasten. Für so viel Dummheit. Hoffentlich verreckt ihr jämmerlich, ey. Was für Arschgeigen, ey. Da hammerst du schon. Ey. Da fällt mir nichts zu ein. Och, ihr seid beide tot. Ihr Armen. Was für Idioten, ey. Ihr seid die größten Flachzahnen der Welt, echt. Da fällt, ohne Scheiß, da fällt mir nichts zu ein. Quittet bitte einfach. Bitte einfach los quitten. Oh. Wraith has down. Ich muss mich nochmal ganz kurz ein bisschen healen. Oh, witz. Nice. Warte, ich hole den Kollegen gleich. Das war jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Meine Fresse. Kurz vor dem Bild. Ja. Ich durfte eine Zone nicht aus dem Auge behalten. Da habe ich ja wieder ein Talent für. Ich durfte eine Zone nicht aus dem Auge behalten. Ich überlege, ob ich vielleicht heute Abend schiene. Ich weiß noch nicht. Dadurch, dass meine Freundin im Urlaub ist. Ohne mich. So glücklicher. Ich meine, oh. Ich enthalte mich da mal. Okay. Zeit zum Zocken ist scheißig. Ich weiß, dass es immer... Oh. Äh, Watson. Da, da. Jo. Ich glaube, ich bleibe die ganze Hausarbeiter. Wir hatten einen blauen Buddy. Hast du eine Sipfel oben hoch, oder? Ja. Ja, ich... Ich meine, dann müssen wir auch gemeinsam, oder? Nicht, dass das nach hinten wollen wir. Ich habe meine Ruhe hoch. Oh, nee. Nee, das ist keine coole Idee. Oh, fuck. Ich muss weg. Oh, shit. Ich muss... Low. Ey, ich stecke fest. Das ist ja lustig. Guten Tag. Hammer. Nice. Einer noch. Hier hinten. Da noch. Oh, jetzt hat er mich gelasert. Schönes Ding. Oh, jetzt muss ich aber mal hier auf meinen Phoenix-Kit rausknallen. Hab einen. Schön chillig bleiben. Schön chillig. Oh, ist noch ein Team. Noch ein Team. Noch ein Team. Bei mir. Bei mir. Fuck, 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 fuck. Los. Ach so. Oh, Gott. Die ist slow. Die hat kein Schild. Wie viele sind das? Eine, glaube ich. Hier. Nee, zwei. Lifeline ist auch da. Nice. Oh. Ich bin fast... Ich bin down. Ich bin down. Lifeline ist alleine. Ah, nee. Das ist eine Wraith. Ja. Die sind drin. Obwohl. Hier. Ah, nee. Die zieht durch nach oben. Kannst du mich sonst auch geben, Dion? Ja, Casper? Ja, ist hier auch noch was? Nee, sie ist oben. Nee, sie ist oben. Kannst du uns holen? Dann sind wir im Vorteil. Ich bin direkt hier. Danke. Oh, die Zone kommt gleich. Sie kommt. Ich glaube, sie ist runtergesprungen. Oh, sie ist draußen. Andere Treppe kannst du mich holen, bevor ich sterbe. Casper? Hier, ich bin bei dir. Er heilt nicht. Warte, ich bin auf. Ich sterbe. Das packt übelst. Aber die Alte im Weg war. Die Zone kommt. Wo ist die Eule? Ja, das ist das. Ich muss mich erst nochmal... Ich heil mich erst mal. Komplett. Über mir. Du bei dir? Ja. Ja, da müsste ich mich rumlassen. Das ist bei mir also nicht. Ich bin nämlich oben auf dem Dach. Die hat kein Buddy mehr. Ey, was für ein legendärer Win. Geiler Win. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, neun Kills. Alter, was? Fick die Henne. Richtig mega geile Runde. Das ist krank. Oh, Mann. Fack, ich hätte fast mein Killrekord endlich mal wieder brechen können. Ich komme nicht über meine Zehen. Neun Kills. Sehr nice. Alter, zwei nicht so krankes Schwein. Richtig heftig. Was für eine coole Runde. Ja. Einer ist hier im Haus. Der guckt aus dem Fenster. Denn sein Buddy ist fast runter. Schild gebrochen von einem. Ich pushe runter. Ich pushe mit... Ich pushe runter. Ich pushe runter. Boah, wie klettert er? Lass was übrig. Da ist jeder ein. Einer fehlt. Ne, oder? Doch. Einer fehlt. Hier oben auf dem Dach. Der ist gleich da unten. Der Schild ist weg. Sauber. Das ist ein anderes Squad. Ja. Hier bei mir. Kommt hoch. Surprise, motherfucker. Hab ich. Ist down. Wie? Ich hab den Kill nicht bekommen. Wie hab ich den Kill nicht kriegen können? Ich fass es nicht. Un-fucking. Schönen Gruß an Tobi, dass ich ihn heute mal nicht zuschaue. Ich glaube davon träumen echt viele. So YouTube hauptberuflich. Wäre echt schon richtig... Nicht mal vom Geld her. Mir macht das Ganze einfach mega Spaß. Auf jeden. Ich würde auch gern viel mehr Zeit investieren. Aber man hat halt einfach so, wenn du eine Partnerin hast und Arbeit, Vollzeit, das ist... Da bleibt echt nicht viel Zeit übrig, ne? Und ich nehme schon viel Zeit, muss ich mal sagen. Ja. Definitiv. Du bist echt viel unterwegs auf YouTube. Ja. Naja, aber es hat sich gelohnt. Ich hab das jetzt echt ganz gut raus, sag ich mal. Ja, die 1K hast du durch, wa? Ja. Da fehlen jetzt nur noch die 10. Oh naja, das dauert schon noch ein bisschen. Ich hoffe, vielleicht geht das schneller, als du denkst. Mal sehen, ich lass mich überraschen. Also gönnen würde ich's dir. Danke, gleichfalls. Ja, erstmal müssen wir hier... Ich hab ja... Was hab ich? 120? 121? Ja, die ersten 2-300. Die dauern sehr. Und danach werden auch langsam mal die Videos anderen vorgeschlagen. Das ist halt bei mir so der Knackpunkt ab 300 gewesen. Ja. 125 hab ich jetzt.